Der erste Spieltag der kommenden Bundesliga-Saison rückt immer näher und deswegen dachte ich mir, machen wir hier mal ein kleines Analyse-Video darüber, ob der BVB-Kader denn jetzt schon stark genug für die Saison 2024-2025 ist. Selbstverständlich kann sowohl auf Zu- als auch noch auf der Abgangsseite etwas passieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass noch ein großer Transfer auf uns wartet, die scheint aktuell eher gering zu sein, auch wenn ich da selbstverständlich nichts ausschließen möchte, aber umso spannender finde ich es, Stand jetzt mal einen Blick auf den Kader zu werfen und dazu schauen wir uns selbstverständlich auch die ein oder andere Aufstellung inklusive der Alternativen an. Vorab, wenn ihr Videos wie dieses mögt, dann lasst doch gerne schon mal einen Daumen nach oben da und vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, um nicht mehr zum BVB, der Bundesliga und den Top-Themen im Allgemeinen mehr zu verpassen. So, und in dem Sinne werfen wir mal einen Blick auf eine potenzielle Startelf, wenn denn alle Spieler bei Borussia Dortmund zur Verfügung stehen. Und die könnte so aussehen. Ja, ich weiß, man könnte sich jetzt darüber streiten, ob man das auf dem Papier hier als Dreier- oder Viererkette aufzeichnen möchte, aber klar ist, dass wir in den letzten beiden Partien einen Dreieraufbau gesehen haben. Jan Kautow wird auf jeden Fall sehr hoch schieben. So viel steht schon mal fest, auch wenn Beino Gippens jetzt auf der linken Seite nicht unbedingt der klassische Schienenspieler ist, sondern auch mehr seine Qualitäten in der Offensive einbringen soll. Im Grunde genommen kann man das hier vielleicht auch als asymmetrische Viererkette mit Dreieraufbau bezeichnen. Ist aber im Grunde genommen auch egal. Das dürfte das Personal sein, mit welchem wir, wie gesagt, wenn alle fit sind, ungefähr rechnen können. Und ja, einen Streitpunkt gibt es hier jedenfalls und das ist der, dass jetzt hier Sabitzer bei mir als Alternative eingezeichnet wurde, was jetzt die Startelf angeht. Aber das liegt schlicht daran, dass die Wahrscheinlichkeit eben sehr hoch ist, dass Emre Can vorerst in der Startelf stehen wird. Zum einen deswegen, weil er einfach noch weiterhin der Kapitän bei Borussia Dortmund ist und im Grunde genommen der Einzige, der im Mittelfeld die nötigen Defensivqualitäten mitbringt, um Pascal Groß den Rücken zu stärken. Natürlich würde ich jetzt auch bevorzugen, das Ganze ein bisschen anders zu machen. Zum Beispiel Sabitzer und Groß in der Zentrale. Aber ich glaube, das wird erstmal nicht passieren und wäre wahrscheinlich auch schlicht zu offensiv. Wenn, dann müsste man eher noch was auf der 6er Position bezüglich Neuzugänge machen, was meiner Meinung nach durchaus auch angemessen wäre. Aber sind wir mal ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist extrem gering. Zumindest meiner Einschätzung nach. Wenn noch etwas passieren sollte, falls beispielsweise ein Daniel Mahlen noch den Verein verlässt, dann würde das eher, denke ich, auf der Linksverteidigerposition sein. Aber gut, da wollen wir jetzt nicht weiter drüber diskutieren. Was ich auf jeden Fall schon mal spannend finde, ist die Tatsache, dass sich unter Nuri Sahin systemtechnisch gewaltig etwas ändert bei Borussia Dortmund. Von sehr vielen Leuten habe ich auch schon gelesen, dass eine Dreierkette als sehr unwahrscheinlich angesehen wird. Aber wir haben es ja gesehen in den Spielen, zumindest in den letzten beiden. Schlotterbeck, Anton und Süle haben alle drei gespielt, haben den klaren Dreieraufbau gegeben. Also scheint das ja tatsächlich auch die Idee von Sahin zu sein. Und ich meine, wenn man Schlotterbeck, Anton und Süle im Kader hat und alle sind in Topform, dann spricht für mich auch überhaupt nichts dagegen, so spielen zu lassen. Vor allem passt das ja auch zu Jan Kautow, der kein klassischer Rechtsverteidiger ist, sondern seine Stärken auch vor allem in der Offensive mitbringt, wo er dann mit seiner Flankengenauigkeit einen Seru Gerasi, sobald er denn zur Verfügung steht, sehr gut bedienen kann. Da bin ich persönlich mal richtig gespannt, ob das Ganze auch so klappt. Bei Pascal Groß finde ich es auch richtig krass, dass er sich sehr schnell integriert hat. Und jetzt schon merkt man, dass er dem BVB seinem Stempel mit seinem Spielstil aufdrücken kann. Wenn er sich genauso präsentiert, wie in den Testspielen, dann will ich mir mal selber auf die Schulter klopfen mit meinem Video, wo ich gesagt habe, dass Pascal Groß beim BVB das riesige Potenzial hat, ein Gamechanger zu sein, denn genau danach sieht es aktuell auch aus. Von Emre Can, wie gesagt, bin ich spielerisch einfach nicht überzeugt und ich fand es fast gruselig, wie schwach er gegen Phoenix Lübeck war. Bei aller Defensivqualität, er ist für mich aktuell die klare Schwachstelle in der Startelf. Und wenn Nuri Sahin seinen Worten auch Taten folgen lässt, als er gesagt hat, dass er bei Spielern, die nicht performen, durchgreifen wird, dann kann das eigentlich auch nicht lange so weitergehen. Wobei man hier natürlich das große Problem hat, dass die Alternative, zumindest was den defensiven Part angeht, Salih Ödjan, jetzt auf Dauer gesehen und vor allem gegen starke Gegner auch keine Dauerlösung sein kann. Und deswegen kann man hier nach wie vor nur zu dem Schluss kommen, dass diese Kaderbaustelle eigentlich noch angegriffen werden muss. Aber der Umbruch ist halt auch so groß, dass es sehr schwer ist für einen Verein mit den finanziellen Mitteln von Borussia Dortmund, da jetzt nochmal einen größeren Transfer zu tätigen, wo man auch wirklich zu 100% davon überzeugt ist, dass dieser Spieler nicht nur sofort weiterhilft, sondern auch wirklich auch sofort ein qualitatives Upgrade ist. Und das gehört ja auch aktuell zur Transferpolitik von Borussia Dortmund, dass man wirklich nur Transfers tätigt, von denen man zu 100% davon überzeugt ist, dass diese weiterhelfen. Und da ist halt auch das große Problem an der Stelle. Aber gut, wollen wir uns da jetzt nicht weiter mit dem Thema aufhalten, dann müssen wir einfach akzeptieren, dass es jetzt gerade so ist, wie es ist und sich wahrscheinlich nicht ändert. Ja, und dann haben wir links Beino Gittens, der sehr weit davon entfernt ist, Verteidiger zu sein. Und dass er es noch wird, darüber brauchen wir jetzt hier bloß nicht diskutieren. Hier ist es einfach so, dass Schlotterbeck einfach ein eher nach innen gerückter Innenverteidiger ist, der quasi auch so ein bisschen den Rücken von Beino Gittens freihält. Wahrscheinlich wird sich auch Pascal Groß auf Dauer so ein bisschen daran beteiligen. Und dann haben wir die offensive Dreierreihe, die ich echt extrem spannend finde. Nürnberg Brandt immer so ein bisschen zwischen Himmel und Hölle. Ein Spieler, der dir mit einer Einzelaktion ein Spiel entscheiden kann, gleichzeitig aber auch für eine schlechte Ballannahme oder einen gruseligen Fehlpass zu haben ist. Wenn er das noch so ein bisschen abstellen kann, dann wäre er in meinen Augen schon sehr nah dran, der beste Brandt zu sein, der er sein kann. Im Sturm von Gracie haben wir natürlich bis dato noch nicht allzu viel gesehen. Er war ja auch verletzt und wird auch wahrscheinlich die ersten beiden Spieltage wahrscheinlich verpassen. Das werden wir dann sehen. Im Lauftraining ist er zumindest. Aber er soll natürlich derjenige sein, der Bälle festmacht, mit seiner Ruhe am Ball auch mal seine Mitspieler in Szene setzt, während er den Druck auf sich nimmt. Und selbstverständlich soll er auch mal eine Flanke verwerten beziehungsweise seine Torjägerqualität unter Beweis stellen, um Idealfall der 20-Tore-Plus-Stürmer zu sein, den man sich beim BVB gewünscht hat. Toi, 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 dass er fit bleibt. Und im rechten Halbraum, beziehungsweise vielleicht auch so ein Stück weit als hängende Spitze, sehe ich dann Maximilian Bayer. Man hat ja auch schon angekündigt, dass man plant, mit ihm und Gerasi zusammen zu spielen, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Ein körperlich starker Stürmer und dahinter einer, der ein bisschen um ihn herum für Wirbel sorgt und die freien Räume, die sich eröffnen, nutzen kann. Und das ist auch das, was richtig spannend wird. Ja, in der Phase, wo Gerasi jetzt nicht da ist, da kann es schon, denke ich, sein, dass Bayer vielleicht noch nicht ganz so durchstarten wird. Aber ich glaube, sobald Gerasi da ist, ist das ein Perfekt-Match, wenn man die Spielerprofile nimmt. Und da muss ich schon sagen, finde ich die potenzielle Startelf beim BVB unfassbar interessant. Die Spielertypen passen hier meiner Meinung nach sehr gut aufeinander. Wenn Emre Can seine Rolle noch ein bisschen besser hinkriegt, was er ja durchaus auch schon mal gezeigt hat, dass er es kann, dann passt das eigentlich schon sehr gut zu Pascal Groß, zumindest der Spielertyp an sich. Du hast mit Schlotterbeck, Anton und Süle eine Innenverteidigung, die sich in der Bundesliga vorhanden niemanden verstecken muss. Bei nur Gittens, da bin ich mir auch sicher, dass er noch einen Schritt nach vorne machen wird. Und selbst wenn nicht, dann hat man da ja auch eine Alternative mit Julian Duran-Will beispielsweise. Aber die Alternativen, die spreche ich jetzt gleich nochmal an. Julian Brandt, Gerasi, Bayer klingt einfach auch sehr hochklassig. Und das kann sich wirklich zu einem enorm gefährlichen Angriffstrio entwickeln. Und auf der rechten Seite einfach genial Jan Kautow. Da hat man jemanden, der fußballerisch richtig was kann, der die Linie rauf und runter ackert. Aber ja, gehen wir jetzt mal auf die Alternativen ein. Und die habe ich jetzt tatsächlich bewusst nur hier am Rand geschrieben, anstatt wie gewohnt jetzt ähnlich wie Sabitzer unter den anderen Spielern. Einfach deswegen, weil je nachdem, wer sich vielleicht verletzt, wenn mal Belastungssteuerung stattfindet oder generell Rotation, dann kann ich mir vorstellen, dass man das System so nicht ganz 1 zu 1 spielen kann, sondern vielleicht ein bisschen umstellen muss. Und da sieht das dann einfach, je nachdem, welcher Name da steht, vielleicht ein bisschen merkwürdig aus. Und das wollte ich jetzt nicht. Was das Tor angeht, da haben wir neben Gregor Kobel die Alternative Alexander Mayer. Für mich der wahrscheinlich beste Zweitkeeper in der Bundesliga. Und ja, Gregor Kobel fällt mir gerade ein. Den habe ich jetzt natürlich nicht besprochen. Er ist natürlich die gelbe Wand in Person, hat allerdings weiterhin Schwächen am Ball. Da finde ich dann Alexander Mayer deutlich besser. Und es würde mich nicht wundern, dass in Spielen, wo Gregor Kobel vielleicht mal ausfällt, Alexander Mayer dem Spiel von Borussia Dortmund vielleicht sogar ganz gut tut, weil man damit gefühlt dann auch einen Mann mehr auf dem Platz hat. Und da Gregor Kobel ja leider, leider auch hin und wieder mit seinen Verletzungen zu kämpfen hat, werden wir das wahrscheinlich sogar tatsächlich erleben. In der Innenverteidigung, da bietet sich Emre Can als Alternative an. Vielleicht auch Somaila Koulibaly. Aber da glaube ich, dass er den Verein wahrscheinlich noch auf Leihbasis oder vielleicht sogar fest verlassen wird. Aber wenn nicht, finde ich ihn ehrlicherweise als Backup-Spieler gar nicht mal so schlecht. Auch Rami Ben-Zubaini könnte hier die Rolle als linken Innenverteidiger ausfüllen beziehungsweise alternativ auch als Linksverteidiger. Dann bin ich mal gespannt, inwiefern denn ein Almogera Kabar seine Chancen bekommen wird. Da hat man ja gesagt, dass er den Platz von Tom Rota einnehmen soll. An viel Einsatzzeit glaube ich nicht. Nichtsdestotrotz sehe ich schon ein gewisses Potenzial in dem Jungen. Und wer weiß, vielleicht kann er noch positiv überraschen, Ob er jetzt linker Innenverteidiger spielen kann, das lasse ich mal dahingestellt. Eigentlich ist er, wenn dann eher Linksverteidiger, Schienenspieler, vielleicht auch linksoffensiv. Da wäre es eigentlich sogar passend, wenn er eine Alternative zu Jamie Beinu Gittens ist. Dann darf man natürlich auch Julian Riasson nicht vergessen, der sowohl als Linksverteidiger, linker Schienenspieler, rechtsverteidiger und rechter Schienenspieler agieren kann. Jetzt ist es allerdings so, dass wenn, sagen wir mal, Jan Kautumal ausfallen sollte, dass Riasson seinen Part so nicht einnehmen kann, weil was die Flankenstärke angeht und die Offensivläufe an sich, das Tempo, da ist Riasson einfach ein anderer Typ und hat auch nicht ansatzweise die Qualität am Ball. Das soll jetzt gar kein Blame gegenüber Riasson sein. Ich liebe diesen Spieler, er ist ein fantastischer Kämpfer. Er wäre halt eher die defensive Alternative, die als Pitbull agiert, anstatt den Part von Kautumal zu übernehmen, um es mal so zu sagen. Im defensiven Mittelfeld wäre die Alternative zu Jan Salihörjan. An sich, wie ich finde, kein schlechter Backup. Er ist schon jemand, der sich reinhängt, aber qualitativ, das hat man leider des Öfteren gesehen und das habe ich ja in diesem Video auch schon gesagt, hat man hier einfach ein gewisses Gefälle. Und was das zentrale Mittelfeld angeht, hat man dann ja gefühlt ein Überangebot. Felix Metzscher wäre ja noch da. Marcel Sabitzer kann in der Zentrale oder eben auch im offensiven Mittelfeld spielen, in einer der beiden Halbraumpositionen. Ob er neben Pascal Groß spielen wird, wie gesagt, wage ich eher zu bezweifeln. Wäre aber auch, wenn alle Stricke reißen, nicht die allerschlechteste Möglichkeit. Ja, dann wäre es ein bisschen offensiv und die Fähigkeiten von Sabitzer wären dann eher verschwendet. Aber er hat es ja in einigen Spielen bewiesen, er kann schon auch sehr gut Defensivaufgaben erledigen. Kielwetjen, da bin ich auch mal gespannt, ob er den nächsten Schritt gehen wird. Hat spannende Ansätze gezeigt, ist aber auch noch jung, wird interessant. Dann wäre noch Giovanni Reina da, wo ich auch mal gespannt bin, was mit ihm vielleicht noch passiert. Gut möglich, dass er bleibt. Dann ist er natürlich auch eine Alternative in der Offensive. Grundsätzlich hat er ja ein sehr großes Potenzial. Vielleicht kann Nuri Shahin da ja nochmal was entfachen. Zumindest hat er in den Testspielen hin und wieder seine Chance bekommen. Und in der Offensive ist man aktuell ja mehr oder weniger überbesetzt. Denn man hat ja immer noch Daniel Mahlen, Karim Adeyemi, Julien Duranville. Wir wollen ja auch alle irgendwie auf ihre Einsätze kommen. Adeyemi kann ja beispielsweise auch mal den Part von Maximilian Bayer neben einem Gerasi einnehmen. Das fände ich dann tatsächlich auch recht interessant. Doppelspitze ist ja auch etwas, was Karim Adeyemi bei RB Salzburg damals auf einem guten Niveau gespielt hat. Könnte auch sehr gut mit Donny Mahlen klappen. Wobei auch Donny Mahlen durchaus nach wie vor jemand ist, der den BVB verlassen könnte. Auch wenn es da stand, jetzt gerade ruhig ist. Und da muss ich auch was zu sagen. Sollte Donny Mahlen den Verein verlassen und weiß ich nicht, um die 40 Millionen einbringen. Wie gesagt, da muss man das auf jeden Fall nochmal investieren. Wahrscheinlich wird man es in einen Linksverteidiger tun. Ich würde es aber am liebsten dann doch auf der 6er Position sehen. Aber die Gerüchte gingen ja eher, wenn dann Linksverteidiger. Aber in jedem Fall müssen wir da einfach noch abwarten, was passiert. Ob Donny Mahlen überhaupt geht. Er ist halt derjenige, der die höchste Ablöse einspielen könnte. Und wenn Mahlen bleibt, dann wird es auf jeden Fall spannend sein zu sehen, wie man die Jungs alle bei Laune halten möchte, was die Spielzeit angeht. Das stelle ich mir dann, wenn alle fit sind, gar nicht mal so einfach vor. Yusufa Moukoko habe ich jetzt mal gänzlich ausgeklammert, weil ich denke, er wird derjenige sein, der auf jeden Fall geht. Und dann bliebe dann noch Sebastian Allaire, wo ich mir immer noch wünsche und dafür bete, dass der Mann wieder halbwegs zu einer vernünftigen, wettbewerbsfähigen Fitness für eine Mannschaft wie Borussia Dortmund findet. Denn abgeben können wird man ihn nur sehr unwahrscheinlich. Und dann könnte er durchaus einen ähnlichen Part wie Girassi einnehmen. Er wäre halt auch der klassische Stürmer, den herum dann ein Bayer wirbeln könnte. Aber da sehe ich, stand jetzt leider eher schwarz. So und jetzt will ich euch mal eine Aufstellung zeigen, die ich persönlich sehr interessant finden würde. Weil ich mir einfach länger darum Gedanken gemacht habe, wie könnte man eigentlich Pascal Groß, Julian Brandt und Marcel Sabitzer in einer Aufstellung unterbringen, während gleichzeitig Girassi und Maximilian Bayer spielen und man Emre Canich rausnimmt. Und dabei ist folgendes rausgekommen. Und zwar ein 4-2-2-2, wo man dann allerdings womöglich auf einen der drei Innenverteidiger verzichten müsste. In dem Fall wäre dann Riasson bei mir ein Linksverteidiger, weil ich ihn da doch als die stabilste Option für Borussia Dortmund sehe. Auch wenn mir da ein Linksfuß deutlich lieber wäre. Aber ich werde jetzt Schlotterbeck nicht als klassischen Linksverteidiger auflaufen lassen. Kabar ist noch nicht so weit. Ben Subaini bin ich ein bisschen skeptisch. Ich fand ihn in der Vorbereitung nicht allzu schlecht. Muss man halt mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Dann wäre das natürlich auch eine Option. Kauto wäre natürlich auf der rechten Seite dann trotzdem der etwas offensivere Part. Man könnte jetzt aber, wenn man möchte, und defensivere Stabilität will, auch Niklas Süle dort aufstellen. Und ja, dann hätte man im zentral-defensiven Mittelfeld Pascal Groß und Emre Can. Julian Brandt und Sabitzer wären auf den Halbraumpositionen. Und dann hätte man eben noch im Sturm Girassi und Maximilian Bayer. So was könnte man durchaus auch noch machen. Und ja, insgesamt finde ich den Kader von Borussia Dortmund Stand jetzt nicht schlecht. Ich finde ihn auch sehr gut. Ich finde die Transfers nach wie vor sehr genial. Ich finde auch, dass der BVB bis hierhin auf dem Transfermarkt alles richtig gemacht hat. Was man halt richtig machen kann. Man darf halt nicht vergessen, was die Abgangsseite betrifft. Das ist halt die Königsdisziplin. Das ist für keinen Verein einfach, Abnehmer für Spieler zu finden, die viel Gehalt haben und wo eben auch der Markt fehlt. Da würde ich der in großen Teilen neuen Führung bei Borussia Dortmund jetzt keinen Strick draus machen. Was Neuzugänge angeht, hat man halt gemacht, was man machen konnte. Spieler geholt, von denen man absolut überzeugt ist. Man hat jetzt keine Spieler geholt, die nur da sind, um die Kaderplätze zu füllen. Auch das finde ich richtig. Da kannst du halt wirklich jemanden wie Kabar aus der Jugend hochziehen, als den nächsten teuren Spieler zu holen, den man dann hinterher wieder nicht los wird. Naja, aber reicht das Ganze jetzt auch, um beispielsweise die deutsche Meisterschaft anzugreifen? Da kommt es natürlich darauf an. Sollte der Kader bei Borussia Dortmund mal weitestgehend von Verletzungen verschont bleiben, dann würde ich da durchaus Chancen sehen. Aber da das nicht passieren wird, kann es halt schon knifflig werden, wenn beispielsweise mal ein Pascal Groß wegbrechen sollte. Er hat sich zwar in seiner Karriere nur ganz, ganz wenig bis gar nicht verletzt, aber man weiß ja nie, bei Borussia Dortmund schlägt der Fluch gerne mal zu. Ich sehe halt die Position von Emre Can noch kritisch. Linksverteidigung ist auch so eine Sache, nicht ganz so schlimm wie auf der 6. Und ja, ich weiß, ich habe den BVB sehr hoch gehypt und ich habe nach wie vor richtig Bock. Ich sehe sehr viel Potenzial in der Mannschaft und der neuen Spielweise. Aber weil es eben noch gewisse Lücken gibt, habe ich auch beispielsweise in meiner Saisonprognose, kleiner Spoiler hier an der Stelle, für die, die es nicht gesehen haben, Borussia Dortmund eben nicht als Meister getippt, trotz meines großen Hypes. Einfach, weil ich zwar schon finde, dass vieles in die richtige Richtung geht, aber es muss halt wirklich sehr, sehr viel zusammenkommen, damit es für die Spitze reicht. Und das sehe ich dann ehrlicherweise doch nicht, da bin ich schon Realist. Aber gut, das soll es dann mit der Kaderanalyse vor Saisonstart an der Stelle gewesen sein. Schreibt mir da gerne mal eure Meinungen in die Kommentare. Was sagt ihr, wo müsste er was passieren, wenn noch was passiert? Auf der Linksverteidigerposition oder auf der 6? Auch da würde mich eure Meinung sehr interessieren. Alles mal unten in die Kommentare rein. Ansonsten findet ihr wie immer mein neuestes Video in der Endcard. Und in dem Sinne, gebt euch einen kräftigen Kick und bleibt am Ball.